Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftsmilator 2015, jetzt wieder mit vernünftigem Ton, ich habe mich jetzt wieder vernünftig gehört, denn letztes Mal habe ich vergessen, Treps umzuschalten, denn da hat es auch den Soundform, ja genau, von dem halt aufgenommen und so, ich habe schon letztes Mal ein bisschen Kofferzeug gespielt, habe aufgenommen, habe aber nichts, nichts geworden, ist nur Quali her und muss ich halt ein bisschen verwerfen, vielleicht auch nochmal verschrieben und ja, von daher habe ich das noch nicht umgeschaltet. Und bitte, ich habe gerade ein bisschen zu entschuldigen und ja, war. So, dann kann man das nochmal wegfahren, dann kann ich gleich die Sämaschine schon anfangen, lassen kann man ein bisschen vorlaufen und dann können wir uns viel um die Hackschnitze, um die Schlüssel hacken. Zu leer aus hier, ne? Elende Sache, naja, ja, so. Hier muss man nochmal das geil schenkende Rhythmus zurückbezahlt kriegen, irgendwie. Ich bin geil, ob man auch irgendwie verdienen werden oder so. Wo ist er denn jetzt, also? So. Das steht gut, jetzt muss ich noch ein bisschen nach vorne fahren. Wobei, das war ein bisschen nach Wicht eigentlich, so stimmt, wäre das nett gewesen jetzt. So. So. So kleine Menschen, das ist eigentlich Spielerei dann. Die hier, ich habe auch gesagt, ich kann auch wirklich. Das wäre so, dass man schon können. Dann bin ich schon mal dran. Ich habe auch eigentlich keine Stoffen. Also. man muss noch ein bisschen nachhelf wenn man auch richtig nachhilfe gibt dann wo er nicht dauern würde ein bisschen ja und läuft doch so lange doch und jetzt so bleibt wäre schon glücklich drüber immer der scheiß warum nicht die sichtfahrer naja würde ich ja netz okay das team noch nicht bekommen aber gerade so da bin ich wieder aufsetzen das war der stich im w hat es auch was euch also fassen lenkt hat und die sohle aufdreht was die leichte nachwärts angehen aber nur doch mal gerade gucken was wir problem ist ja ich bin das problem wie so häufig aber das ist nichts neues hier so schon mal dass ich hier diese schnitt starten kann theoretisch wenn ich mit theoretischen schmerz denke ich mal machen jetzt so rein auch hätten sie vielleicht besser lösen können hier nein und 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 mal Die Hübschigkeit vom Eherner ist da ja. Das ist toll, ich bin ein bisschen am Sackgerader, so ein Tor für Licht, fertig. es läuft noch ein bisschen keine übung sagt das ist einfach überhaupt jetzt einfach mal aber schon Okay, wo ist es jetzt auch noch nicht? Ich weiß, das Ding ist jetzt fertig, aber... Aber weiß ist fertig. Also, geht doch. Da muss man statt einer Ding da hinten noch rauskriegen. Allerdings vorher, einmal gerade abtanken. Der Zerte ist sehr schön. Da kommt auch gut voran. Also läuft doch. Was wollen wir denn noch mehr? Ja, da, 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 da. Das ist jetzt nicht so. Ich habe das Ding noch ausgespiegert. So, wie man schon jetzt sehen würde, jetzt. Das wird auch mal gerade so machen. So. So, rachziehen. So. 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 Scheiße, die Steuerung hat nicht, ey. So. 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 wo geht man die jagdgründe macht man da am besten wie man am besten wenn wir heute den angang ist der komplette auch sind jetzt gerade ok ja und wir haben gesagt nur die kameraktive auswählen damit erst nicht so bewusst jetzt aber gut das nächste mal ich habe hier oben meine jagd hier oben ich habe hier oben ich habe hier oben ich habe hier oben ja ja schon gucken je nachdem die ball und hier wäre das schützt der andere das körper wieder gut aber nach links waren wir suchen oh lass mal runter rollen, auch fisch lass mal rollen, das ist doch da unten ja wir sind alle durch ja komm schon so endlich kippe lange nicht auf mich kippen, aber alles recht hier ist der kollege von oben runter ich brauche ihn eh nachher wieder hier unten beim anderen Feld dann 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 stehen und erwarten dass er fertig ist oder ist ja ich sagen wir mal so die richtung dieser braucht man aber auch hier und hat ihm da eine neue ansatz der idiot so dann machen wir jetzt noch die zwei bäume doch fertig den kollegen wegfahren und dennoch gerade hier umsetzen so gang rück so dann war man gerade den der kann werden das kleine nächsten folge ja von einzusehen und wir können anfangen zu bieten ein bisschen eine nächste folge die zeit vor drehen ein bisschen glück wenn also nur bei klappern hätte Da steht auch noch ein bisschen mit den Sternen beschrieben. Ich bin aber gesehen, ob das überhaupt die richtige Idee war, die Herrscherz-Lesterhauter noch zu holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Zeitbäude machen wir jetzt noch und dann gucken wir mal weiter, wie es weitergehen soll. Timer. Na ja, geht jetzt aus. Na gut Leute, der Fahrt für heute. Ich will einfach mal sagen, wenn euch gefallen hat, dann machen wir wieder eine neue Folge von Let's Play Lachisonator 2015. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.